Erstmal durch die Durchfliegen. Das wird ein bisschen härter. Das wird sehr schwer für dich. Das wird sehr schwer für dich. Wo steht er denn? Das wird so schwer für dich. Das wird so schwer für mich. Das ist mir, wenn ich. Was auch immer das sind, ich will es gar nicht wissen. Warum stehe ich überhaupt in der Küchenabteilung? Ich wollte schon immer einen neuen Staubsauger haben. Kaufst du mir den? Warum liegt Karabiner Munition in der Waschmaschine? Ja. Schau. Ich denke, ich kann mich durchführen. Gib mir einen Buss. Ich höre die kleine Ratschlein in dieser Richtung. Was dauert so lange? Ich kann nicht das. Komm schon! Ich versuche, ich versuche einen Moment. Das war ja auch. Wow, er kann schießen. Juhu. Zwei von euch. Ich schnurz mit deiner Karabiner. Steht er. Schnauze jetzt. Ich muss jetzt erstmal von diesen Elektro-Viechern hier die Lockpicks einsammeln. War hier nicht noch irgendwo was anderes, was man aufbrechen konnte mit einem Lockpick? So, ich hasse zwar Backtracking, aber wir werden da jetzt erst noch hingehen Weil ich hasse es, wenn es irgendwo weiter geht und ich genau weiß, ich habe Sachen übersehen und ich nicht weiß, ob ich da später nochmal hinkomme Gut Backtracking, backtracking, backtracking Oh oh Butcher Wo kommen die denn wieder alle her? Kriegst du ja die Krise, ey. Miniat. Danke, du für mich auch. Ich bin nicht im Kampf, hier ist kein Gegner. So weh, die kommt jetzt wieder. Ich bin nicht im Kampf, hier ist es. Geh nicht weg, wenn ich mit dir spreche. Das dauert nur einen Moment. Sehr schön. Oh, ist nicht alles nur... All yours? All die Essen, die Bande... ...einhalb deine Eltern verhalten. Ich weiß nicht, ob sie gefährlich war... ... oder einfach verrückt. Nächste Mal... ... ich werde sicher fragen. Ich kann nicht... Ich habe nichts für diese Zeit, seit Frequenz. ... und mit 50%iger Wahrscheinlichkeit... ... Feuer, Elektro oder Eisschaden. Äh, ne, das ist es mir nicht wert... ... gegen erhöhten Schaden sowieso. Da sind 50% ein bisschen ungenau. Warum kann Franklin nicht in einem Körnern... ... wie ich als Kind habe... ... schuldig... ... nicht nur ein einziges Gefühl... ... an wo ein Erkrankung uns verlassen könnte. Dr. Wertham... ... ein Plasmid... ... eine Mutter's kleine Helper... ... um mich scharf zu halten. Oh... ... ich habe meine Missgivungen... ... aber... ... ich lasse meinen Schaden... ... für eine Sekunde... ... dieser Junge... ... kann sich selbst getötet werden. Was war das? ... auch schon wieder. Was ist denn Spaß? Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann keinen anderen Bioshock-Teil... ... wo Gegner so häufig wieder auferstanden sind. Ach komm doch ehrlich, du kannst doch eh nix. Oh Spaß, ey. Wo kommen die denn immer alle her? Krass, das Spawnrate. Wir hier stehen jetzt auch wieder welche drin. Okay, wir hier stehen wieder welche. Auch nicht. Gut. So, jetzt kaufe ich erstmal Muni. So. Hier sind auch keine Gegner mehr. Finde ich auch gut. Ist auch vernünftig. Ja. So. Dann hier lang. Dann gehen wir erst hier rechts lang, weil da links müssen wir ja auf jeden Fall weiter mit Plasmid. Und dann gehen wir auf jeden Fall erstmal hier rechts lang, weil das könnte noch optional sein. Ich gehe zwar momentan nicht davon aus, aber... Ich habe bisher noch keinen Reden hören und bin noch nicht tot. Was ist denn so viele Wege auf einmal wegführen? Ich lebe noch. Hier ist es ruhig. Zu ruhig. Viel zu ruhig. Ich kann mir das nicht nehmen. Ich kann mir das nicht nehmen. Das hier sieht ja alles sehr interessant aus, aber was zum Teufel ist das hier? Was soll ich das gerade? Ich habe gerade so geguckt und habe gedacht, was ist das für ein Geschenk? Kann ich hier noch oben? Nein, ne? Nein. Okay, also hier kommen wir hin, weil wir die anderen alle zu haben. Alles klar. Hatte ich zwar schon fast vermutet, aber... Ah, jetzt sind wir hier. Okay, ich glaube, hier kann ich das Thermostat dann hochdrehen. Ja, so sieht es zumindest aus. Und dann muss ich dann hier in dem Raum wahrscheinlich den Mega-Fight abliefern, bis das Kind dann da ist. Puppe benutzen. Mein Vater ist besser als Einstein. Er kämpft in Hercules und leistet ein Feuer mit einem Schnapp auf seinen Finger. Bist du so gut wie mein Vater, Herr? Eigentlich ja. Okay, dann müssen wir wohl doch hier vorne erst lang. Wir brauchen auch immer noch diesen komischen Zahlen-Code. Für die Mikrowelle. Wenn dein Schild zerbricht, erhöht... 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 erhöht sich dein Schaden und deine Geschwindigkeit. ... um fünf Sekunden und dein Magazin wird sofort... nachgeladen. Hm. Hm, 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 hm. Gegenkritische Treffer verbrauchen. Nee, nee, ganz ehrlich. Was ist ein Schilder von Phänomenon? Suchung verbrauchen die Observen. Observen die Aufgabe, um mehr Phänomenon zu finden. Die Observen hat zurückgegeben, dass eine junge Mädchen aus dem Phänomen herauskommt. Und dann ist es so schnell, eine junge Mädchen herauskommt. Die Observen hat nichts anderes, um das Thema zu informieren. Wenn Su-Chang diese Frau finden kann, wird sie eine interessante neue Phänomene machen. Warte, sie sehen nicht so freundlich. Stehen sie denn im Wasser? Ach, die waren da hinten wieder. Schon wieder Backtracking-Wichse. Okay, hi. Oh. Gute Idee. Oh, noch bessere Idee. Wer braucht schon? Wer braucht schon Eve? Ist aber schön, dass es hier auch endlich wieder Eve heißt. Und nicht, äh, Salze. Man schießt nicht oft getrunken, ne? Sehr schön. Du sagst ja sogar im Englischen Eve. Fang Salze. Dann wüsste ich mir gerne, ob die auch in der Komplettversion, also in, äh, jetzt nicht im DLC, sondern im Hauptspiel im Englischen auch Eve sagt. Oder ob die da Salz heißt. Ich habe hier irgendwas übersehen. Och, kämpfen wir doch noch ein drittes Mal gegen die. Die Schnauze, ey. Ich sag euch, wenn mein Schild wieder... ...füllt ist. Was hat den Schwach, ey? Aha. Hure. Meine Herren, ey. Kein Problem. Kämpfen wir halt 8000 Mal gegen sie. Wohlang? Wusste ich es doch wohl da lang. Habe ich tatsächlich hier vorne überall was übersehen? Scheiße. Ach.